Was auch immer wir tun, müssen wir bereit sein, es intuitiv durch uns fließen zu lassen, damit jeder gesegnet wird. Wir dürfen uns nicht zu sehr auf die Vergangenheit verlassen, denn sie repräsentiert unsere Vorurteile und Einschränkungen im Glauben. Ich stimme dir vollkommen zu, dass ich einen großen Segen bringen wollte, den jeder spüren kann. Dafür muss ich mich wirklich hingeben, um wirklich hilfreich zu sein. Ich möchte David Hoffmeister in der Show willkommen heißen. Wie geht's, David? Hallo Alex, schön hier zu sein. Ich habe eine tolle Zeit. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung sind. Ich habe dich auf meinen Reisen im Internet gefunden und als ich dich und deine Arbeit entdeckte, dachte ich, oh mein Gott, ich würde so gerne ein Gespräch mit David führen und wirklich in seine erstaunliche Lebensgeschichte eintauchen, sowie deine Lehren und die Arbeit, die du mit einem Kurs in Wundern machst, weil du scheinst eine sehr einzigartige Seele in dieser Welt zu sein. Also dachte ich, ich muss mit ihm sprechen. Also lass uns einfach anfangen mit, kannst du mir deine Ursprungsgeschichte erzählen, wie du zu dieser Arbeit gekommen bist und was du bisher in deinem Leben gemacht hast? Nun, ich denke, es war wohl Mitte der 1980er Jahre, als ich war im Graduiertenstudium und am Ende Bachelorabschlüsse und so weiter. Und tatsächlich, ich fing gerade an, mich mit diesen tiefen inneren Gefühlen auseinanderzusetzen, die du und so viele andere hatten. Und es begann, mich immer mehr zu ziehen. Und dann fing ich an, mich mehr geführt zu fühlen, angeregt, einige Dinge zu tun. Und dann würde ich sagen, so um 1986 begann sich mein Herz so schnell zu öffnen. Und da wurde ich gebeten, zu einer humanistischen Psychologiekonferenz an die Westküste nach Südkalifornien, La Jolla zu gehen. Und Carl Rogers war dort, Virginia Satir, viele transpersonale Psychologen, Leute, die ich nie getroffen hatte. Und dann fand ich dieses Buch, Ein Kurs in Wundern, als ich dort war. Und ich fühlte mich, als ob ein Tsunami der Liebe über mich hinweg spülte, als ob, dein Leben wird nie wieder dasselbe sein. Du wirst in eine Art einzigartige Richtung gehen, die du nie geplant hast und die du dir nie vorgestellt hast. Und dann hat mich das wirklich in Schwung gebracht. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich einfach riesige Erlebnisse. Stimmt es, dass sie während ihrer Vorträge und Lehrtätigkeiten durch die USA und Kanada gereist sind und auf das Universum, auf Gott vertraut haben, um Geld, Essen und Unterkunft zu erhalten? Ja, es war sozusagen der frühe Teil des Sprechens und Lehrens, weil es war fast so, als ob in Australien manchmal über Walkabout gesprochen wird. Es war wie ein Walkabout, nur dass es mehr ein Fahrerbaut durch die Vereinigten Staaten und Kanada war, was für mich immer noch das gleiche Abenteuer war, weil bevor es passierte, konnte ich fühlen, dass etwas Großes geschah. Und ich war ziemlich schüchtern und ich machte Familienurlaube und alles, aber ich war nicht gerade jemand, der gerne reiste oder der wirklich geschickt im Reisen war. Sicherlich nicht. Auf diese Weise ohne Kreditkarten, ohne Geld. Und dann bekam ich die inneren Eingebungen. Ich hatte nur ein bisschen Geld, keine Ersparnisse oder so, wirklich nur einen kleinen Betrag. Und ich musste mir ein kleines Dreizylinder-Auto besorgen und losfahren und Richtung Westen von Cincinnati, Ohio. Und das führte mich in eine lange Phase. Ich wusste damals nicht, dass sie einige Jahre dauern würde, etwa fünf Jahre, von völliger, fast wie ein Walkabout, wie ich erwähnte, wo ich für alles vertrauen musste. Ich hatte keine organisatorische Unterstützung oder wie eine kirchliche Unterstützung oder irgendetwas. Ich hatte keine CDs oder Geldmärkte oder Dividenden oder Ersparnisse. Ich bekam einfach dieses Starke. Ich fühlte mich gedrängt, ins Auto zu steigen und loszufahren. Und genau da begannen die Wunder zu geschehen. Ich fühlte mich getragen und hatte diese wunderbaren Begegnungen. Aber ich wurde in die Häuser von Menschen aufgenommen. Und es war so gegen meine Art als weißer, anglo-sächsischer Protestant. Für alles zu arbeiten und zu sparen. Und ich hätte mir nicht einmal vorstellen können, dass so etwas passieren könnte. Und doch begann es zu geschehen und es ging jahrelang so weiter. Als du diese Reise begonnen hast, diese fünf Jahre in deinem Leben, warst du gerade erst am Anfang des Kurses in Wundern? Hast du es noch gelernt oder warst du schon ziemlich versiert und hast dich darin wirklich wohlgefühlt? Oder warst du noch auf der Suche? Denn es scheint, als ob ein Walkabout oder ein Driveabout eine innere Suche ist. Und um in dich selbst zu schauen, ist das in diesen fünf Jahren für dich passiert? Ja, ich erwähnte, dass ich zu dieser humanistischen Psychologiekonferenz ging und der Kurs kam und das war 1986, im Sommer 1986. Und dann, das passierte sozusagen im Frühling 1999. Also das war wie fünf Jahre Vorspulen. Das Buch benutzen ist irgendwie wie ein Orakel benutzen. Beten, aufschlagen. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Immer wieder. Ich habe es von Anfang bis Ende gelesen und geübt. Aber ich hatte es als Orakel benutzt und war einfach verblüfft über die direkte Anleitung zu jeder Frage, die ich hatte. Zu dieser Zeit bekam ich einige innere Anweisungen. Es war nicht so, dass eine Stimme mir meine gesamten Reisen diktierte, aber ich erhielt eine Menge innerer, intuitiver Führung. Das hat mich irgendwie gelehrt. Jetzt, okay, du hast mit dem Buch gearbeitet. Lass uns jetzt etwas Spaß haben. Lass uns das praktisch machen. Ich möchte, dass du genau das befolgst, was ich dir sage. Ich hatte mit dem Buch gearbeitet. Ich hatte mit dem Buch gearbeitet. Ich hatte mit dem Buch gearbeitet. Und natürlich hatte ich anfangs all die Reaktionen, die man sich vorstellen kann. Ich dachte, oh, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich werde sterben. Man kann nicht durch die USA und Kanada reisen ohne Unterstützung oder Kreditkarten. Ich wusste nicht, wie ich das Auto tanken oder essen finden würde. Ich kannte mich mit Unterkünften nicht aus. Es war extrem unpraktisch. Doch ich spürte einen wichtigen Zweck, abhängig zu sein, fast wie ein Friedenspilger oder ein klassischer Sanyasi aus Indien. Und ich dachte, wow, das ist heftig. Aber ich werde ins Auto steigen, nach Westen fahren, wie du sagst. Und wir werden einfach sehen, wohin das führt. Es gab eine Serie auf Netflix, in der ein Multimillionär beschloss, auf die Straße zu gehen und nach Lust und Laune sowie abhängig von anderen zu leben. Ja, es war so eine schöne Serie. Absolut. Meine Frau und ich haben sie durchgesuchtet. Es war so schön. Und am Ende der Episode gab er diesen Leuten Geld, die keine Ahnung hatten, dass er ein reicher Mann war. Ich fand, das wäre ein so wunderbares Stück Unterhaltung. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, denn ich bin seit fast 30 Jahren in der Filmindustrie und ich habe auf deinem YouTube-Kanal gesehen, dass du Filme schaust, um Erleuchtung zu finden. Ich muss fragen, wie findest du Erleuchtung durch das Anschauen von Filmen? Denn ich habe viele Filme gesehen. Noch keine Erleuchtung. Ich arbeite daran. Das ist eine großartige Frage. Ja, ich kenne deine Liebe zu filmen. Mir wurde von den Geistern gesagt, dass der große Meister wie Jesus oft in Gleichnissen lehren musste, weil seine Lehren so weit über die alltägliche Wahrnehmung hinausgingen, dass er viele Beispiele verwenden musste. Es gab einen Mann mit zwei Söhnen und dies und das. Ich bin wie du, liebe Filme und alle Aspekte davon. Ich arbeite mit Leuten zusammen, die sogar einen geführten Film machen, obwohl sie noch nie einen Film gemacht haben. Sie kennen nicht alle technischen Aspekte wie du und viele deiner Kurse, aber sie sind so gebetsvoll, dass sie tatsächlich einen Film gechannelt haben. Uns wurde fünf Jahre vor dem Film eine Vision gegeben und dann tatsächlich gesagt, wie werde ich wissen, wann es beginnt? Nun, sie werden erscheinen und du wirst es wissen. Und du bist der Regisseur und all das. Für mich sind Filme jedoch die modernen Gleichnisse. Ich dachte, wow, Jesus benutzte Gleichnisse, aber auf eine spektakuläre Weise, um wirklich die Kernlektionen darunter zu vermitteln. Und ich sagte, die meisten Leute, die ich kenne, lieben Filme. Und wenn du kannst durch mich kanalisieren aus diesem hohen, hohen, hohen Geisteszustand, während ich einen Film zeige oder einen Kommentar zu einem Film mache, wenn du alle Szenen kommentieren kannst, die eindrucksvoll sind und die Unterscheidungen zeigst, die für das spirituelle Erwachen durch die Filme notwendig sind, dann bin ich dabei. Ich bin bereit. So hat es begonnen. Einfach meine Liebe zu filmen. Aber zuerst wurde ich ins Kino gebracht und dann innerlich, sieh das. Hast du das gesehen? Der innere Dialog, das innere Gespräch war unglaublich. Es war so erstaunlich. Und dann fing ich einfach an, es wie ein Geschenk zu teilen. Ich denke, einer der wichtigsten Filme der letzten 50 Jahre, und ich weiß, viele Zuhörer finden das vielleicht seltsam, aber die Matrix, es ist ein Actionfilm, aber ich finde, dass es einer meiner Top 3 aller Zeiten ist. Und ich finde, dass dieser Film etwas mit dem Bewusstsein der Menschheit gemacht hat, wo es das erste Mal war, dass man hinterfragte, was ist real, was nicht. Und es war komplett getarnt in einem großartigen Actionfilm mit viel Spaß und Geschichte und allem. Und es war kein Zufall. Ich meine, die Filmemacher wussten, was sie taten. Sie zogen aus vielen verschiedenen Philosophien und Geschichten. Kannst du darüber sprechen, wie die Matrix für dich bedeutet und wie Leute den Film betrachten und darin Spiritualität finden können? Ja, es hatte die gleiche Wirkung auf mich. Ich dachte, das ist so reichhaltig. Und ich kannte die Philosophien in der Matrix wie meine Westentasche. Es war so real, als ich es sah. Und es ist lustig, dass du es erwähnst, weil ich heute gerade ein globales Zoom-Meeting mit vielen Leuten aus Südamerika hatte. Und ich ging durch eine bestimmte Szene. Der Geist nutzte eine bestimmte Szene aus dem ersten Matrix-Film, direkt nachdem Neo die rote Pille nimmt und dann von Trinity und Morpheus zurückgebracht und in den Stuhl gesetzt wird. Und dann ist da der gesprungene Spiegel auf seiner rechten Seite und er streckt die Hand aus und berührt ihn und er wird flüssig und verschmilzt. Meine. Es ist so voller Metaphern der Vereinigung. Meine. Heute habe ich etwa zehn Minuten online über diese eine Szene gesprochen. In großer Detailtiefe. Ich habe Quantenphysik, mystisches Christentum und Psychologie in Bezug auf diese spezifische Szene diskutiert, da dieser Film mich erleuchtet hat wie nichts zuvor. Es war wie die Schleusen öffnen. Und natürlich Truman Show und Revolver und immer weiter. Sie kamen immer wieder. Ich dachte, das sind die einfachsten Filme, um zu lehren. Das ist meine Nische. Kommentare zu geben und Einsichten zu zeigen, während die Leute in die Grafiken des Films vertieft sind. So ist es mir irgendwie einfach in den Schoß gefallen. Das ist erstaunlich. Als ich dir dabei zusah, dachte ich nur, warum bin ich nicht darauf gekommen? Das ist unglaublich. Es ist genial. Es ist genial. In Zukunft könnte ich darüber nachdenken, wie man das macht. Ich habe tatsächlich die Matrix und die Verurteilten genutzt, um eins zu eins mit Menschen über solche Themen zu sprechen. Aber ja, wenn du das wirklich veranschaulichen willst, schau dir diese Szene in Shorshank an. Und wenn er buchstäblich durch die Meile von Mist geht und er kommt heraus und sagt, so fühlen sich viele von uns, weil wir das Gefühl haben, dass die Welt gegen uns ist und wir nach Freiheit suchen. Man könnte tief in dieses Thema eintauchen. Man könnte lange poetisch darüber sprechen. Es ist wirklich faszinierend. Nun, es gibt etwas in deinen Lehren, worüber du sprichst, nämlich das Wahrnehmungsproblem. Können Sie das ein wenig erläutern? Ja, es erinnert mich an die Bibel in Korinther, wo es heißt, dass man durch ein dunkles Glas schaut und nicht klar sieht, aber man wird es. Für mich bedeutet das Wahrnehmungsproblem, dass die Linse, durch die wir schauen, voller Urteile, Meinungen und persönlicher Interpretationen ist, die auf unserem unbewussten Verstand und unserer Vergangenheitskonditionierung basieren und die Welt verzerren. Ich weiß, dass du und Matt über gute und schlechte Dinge gesprochen haben. Du hast gesagt, wenn du von einem Auto angefahren wirst, ist das offensichtlich ein Beispiel für etwas Schlechtes. Aber wenn du zu der Idee zurückkommst, dass der Filter, durch den du die Welt wahrnimmst, der Fehler ist, es liegt im Filter und nicht in dem Ding selbst, das du wahrnimmst. Denn die Welt ist nicht wirklich extern. Sie scheint dem Menschen sehr extern zu sein. Aber wenn du in tiefere Zustände gehst, wie ich sehe, Yogananda hinter dir wach, genau dort, wenn du in Samadhi Zustände kommst und in diese, ich nenne sie Offenbarungszustände, wo ich drei hatte, wo die Welt einfach verschwand. Ich ging in dieses strahlende Licht und da war nur Liebe und das war alles. Und mir war bewusst, dass dies der ganze Sinn von allem war. Dann beginnst du zu verstehen, es ist die Linse und nicht das Spezifische, weil wir als Menschen so daran gewöhnt sind, einfach nur mit dem umzugehen, was auf uns zukommt in Bezug auf die Form. Und das war ein Wahrnehmungsproblem zu erkennen, dass ich etwas wahrnehme, das eigentlich nicht da ist. Ich nehme es auf eine fragmentierte, verzerrte Weise wahr. Ich nehme es auf eine Art und Weise wahr, die fast schizophren wirkt, wo ich mehrere Stimmen höre. Aber anstatt, dass es Menschen sind, die sprechen, scheinen sie tatsächlich wie echte Menschen zu sein. Und es beginnt so zu sein, dass du erste Anzeichen bekommst. Manchmal haben Menschen das, wenn sie Ayahuasca nehmen oder eine psychedelische Erfahrung machen, wo es so ist, oh, meine Wahrnehmung der Welt ist so anders als ihre alltägliche, gewöhnliche, tagtägliche Wahrnehmung. Da erhält man einen unmittelbaren Einblick in dieses komplexe Wahrnehmungsproblem. Also im Grunde genommen sind wir in Platons Höhlengleichnis. Das ist unsere Existenz. Selbst Platon hat das erkannt. Und Yogananda sagte, wenn ich ins Kino gehe, sehe ich Bösewichte, gute Menschen, Sterben und Mord auf der Leinwand. Wir konzentrieren uns darauf. Aber du musst wissen, woher das Licht im Kino kommt. Und ich war einfach so, oh, wow. Das hat mich ziemlich getroffen. Als ich das hörte, dachte ich, alles, was mit Filmen und Geschichtenerzählen zu tun hat, trifft mich wirklich, weil ich dem größten Teil meines Lebens gewidmet habe. Also, als ich das hörte, dachte ich, oh Gott, er hat absolut recht. Denn wir konzentrieren uns so sehr auf diesen Alltagskram, der eine Illusion ist. Und ich denke, das ist der schwierigere Teil, weil ich in einem anderen Gespräch, das ich heute früher hatte, sagte, dass dies extrem berauschend ist. Die Realität, in der wir leben, ist extrem berauschend, ähnlich der Matrix. Ich weiß, das ist kein Steak, aber es ist mir egal. Er nimmt einen Bissen, weil man irgendwann denkt, ob es echt ist oder nicht. Ich genieße meine Zeit hier. Es gefällt einigen, anderen nicht. Stimmst du zu? Ja, ich denke, dass wir eine Reihe von Eröffnungserfahrungen durchmachen müssen, bevor wir kleine Hinweise bekommen. So ähnlich wie in der Matrix. Er folgt dem weißen Kaninchen und macht viele verschiedene Schritte, bevor er tatsächlich diesen Anruf und das Paket bekommt. Wenn er im Büro ist, ich kann dich führen, aber du musst genau das tun, was ich sage. Plötzlich wird es erfahrungsbasiert. Was jetzt? Steh auf. Mach es langsam. Jetzt? Ja, jetzt. Sie kommen dich holen. Es wird plötzlich praktisch, als wäre es direkt da. Du bist am Rande des spirituellen Erwachens, wenn er Morpheus zuhört. Aber ich denke, wir müssen alle eine Menge Vorbereitung durchmachen, vielleicht symbolische Erfahrungen, um überhaupt an diesen Punkt zu gelangen. Und ich denke, es muss praktisch sein. Ich weiß, dass du sehr praktisch veranlagt bist. Und das ist das Schöne daran. Um dir ein Beispiel aus der Filmbranche zu geben. Ich reiste, wie ich es tue, durch 44 Länder auf der ganzen Welt und all diese Orte. Einmal war ich in Kalifornien und einige Freunde von mir sagten, da ist ein Drehbuchautor. Er ist ein sehr großer Name, ein bekannter Drehbuchautor. Er hat erstaunliche Filme wie Ghost gemacht. Und er hat diesen Film gemacht, der die Frau des Zeitreisenden heißt. Und ich sagte, oh, ich liebe diesen Film. Er zieht mich einfach hinein und mein Herz geht auf. Am Ende fühle ich mich wie in eine andere Welt versetzt. Ein Meisterwerk, das ohne Spiritualität auskommt. Es ist eine Liebesgeschichte, die über die alltägliche Liebe hinausgeht. Und sie, nun er, er lebt dort draußen. Er möchte, dass du zu ihm nach Hause kommst, ihn triffst und über Spiritualität sprichst. Großartig. Ich liebe Kalifornien dafür. Also gehe ich hin, spreche mit ihm. Wir haben ein schönes Gespräch. Er beginnt gerade, spirituelle Kurse zu geben und Leute zu sich nach Hause einzuladen, um Meditation zu lehren. Er ist ziemlich aufgeregt. Sein ganzes Leben lang war er Drehbuchautor. Aber jetzt widmet er sich der Spiritualität und unterrichtet gerne Schüler. Und wir begannen über Yogananda zu sprechen. Ich erwähnte den Film Awake, den ich dort sah und sagte, wow, war das nicht ein toller Film? Dann antwortete er, nein, mochte es nicht wirklich. Treffe wohl tausend Leute und frage Awake. Sie sagen, erstaunlich, spektakulär. Berührte mich, öffnete mein Herz und faszinierte mich. Ich fragte, wirklich? Ich sagte, wow, du bist die erste Person, die mir das gesagt hat. Und ich sagte, vielleicht kannst du es erklären. Er sagte, nun, ich ging ins Theater hier in Nordkalifornien. Ich glaube, es war in der Nähe von San Rafael. Und ich war im Theater und wir haben den ganzen Film gesehen. Am Ende des Films bin ich einfach aufgestanden, den Gang entlang gegangen. Und die Leute starrten mich an, als ob sie sich fragten, wie ich einfach aufstehen konnte. Und ob die Credits noch nicht fertig sind. Es ist wie eine heilige Erfahrung. Er ging hoch und ich fragte nach seiner Meinung. Er antwortete, naja. Er fragte, was hat dir am Film nicht gefallen? Und er antwortete, zu viele mystische Erlebnisse. Ich fragte, wirklich? Er sagte, wow. Er meinte, das war so mystisch. Ich dachte, naja, das ist Yogananda. Yogananda. Das ist sein Leben. Aber dann sagte er, ich möchte ein Publikum erreichen und berühren. Aus der Perspektive des Geschichtenerzählens, das noch nie eine mystische Erfahrung gemacht hat, das nicht wirklich viel über Spiritualität weiß. Sie sind nicht belesen. Sie sind nicht gut informiert. Und ich möchte eine Geschichte so gut erzählen, dass ihr Herz sich öffnet, nur durch den Film, ohne viele Spezialeffekte, ohne viele mystische Erfahrungen und alles. Und ich dachte, wow, das ist so schön, weil das ist eine Kunst für sich. Du und ich wissen, es gibt Filme, die man nicht vergessen kann. Sie sind einfach so gut gemacht. Es ist einfach explizit. Und ich sagte, danke, dass du das geteilt hast. Ich sagte, ich schätze es wirklich sehr, dass du eine Berufung hast und sie so gut machst wie Ghost, Demi Moore und Patrick Swayze. Goldberg. Ein Klassiker. Wie ein klassisches Drehbuch. Und Die Frau des Zeitreisenden. Du machst das einfach großartig. Und er fragte, was machst du? Warum liebst du Filme so sehr? Ich erklärte, dass ich tatsächlich Spiritualität durch Filme lehre. Er konnte sich nicht vorstellen, wie ein Drehbuchautor es mühelos schafft, ohne es zu versuchen. Er beschränkte Spiritualität auf eine Schublade und konnte Filme und Spiritualität nicht verbinden. Es war wie außerhalb seines Büros. Ja, es scheint, dass er es war. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal die Autobiografie eines Yogi las und das Kapitel entdeckte, in dem sein Meister an zwei Orten gleichzeitig war. Ich dachte, Moment mal, was passiert hier? Ich war noch nicht bereit, das zu verstehen, aber das Buch und seine Lehren haben mich dennoch gerufen. Ich kann nachvollziehen, warum er sich in Bezug auf das Mystische so verhält. Er ist wohl noch zu sehr geerdet, hier, wo wir sind. Es ist wirklich faszinierend. Jesus und Buddha hatten mystische Züge. Es gab viele Aspekte, aber ich verstehe seine Perspektive. Und in meiner Arbeit bemühe ich mich, so geerdet wie möglich zu bleiben. Einfach weil, wenn man zu weit abdriftet, verliert man die Masse. Geht es dir ähnlich? Ja. Das ist, was ich in den letzten 35 Jahren am meisten an dem Kurs geschätzt habe, dass es nicht etwas ist, das wir aus einem Buch lernen. Es ist etwas, das wir durch Glauben und Erfahrung lernen, durch Vertrauen, indem wir uns unseren Ängsten stellen, das Unbewusste hochkommen lassen und damit auf eine sehr gebetsvolle, intuitive Weise umgehen. Also stimme ich dem vollkommen zu. Wenn ich Vorträge gehalten habe, manchmal vor 500 Leuten, habe ich es ähnlich gemacht wie Yogananda in seiner Autobiografie eines Yogi, wo er auftauchte und die Sprache nicht sprechen konnte und einfach zu seinem Guru betete, bis sein Guru durch ihn sprach. So fühle ich, dass wir alle unser Leben leben müssen, wie mit unseren Familien, mit unseren Freunden, mit unseren Kindern, in unseren Berufen. Was auch immer wir tun, müssen wir bereit sein, es intuitiv durch uns fließen zu lassen, damit jeder gesegnet wird. Wir dürfen uns nicht zu sehr auf die Vergangenheit verlassen, denn sie repräsentiert unsere Vorurteile und Begrenzungen im Glauben. Ich stimme dir vollkommen zu, dass ich einen so großen Segen bringen wollte, einen Segen, den jeder spüren kann. Dafür muss ich mich wirklich hingeben, um es wahrhaftig zu wissen. Es ist Wissen. Ich sprach mit einigen der größten Drehbuchautoren, Oscar-Gewinnern und legendären Fernsehautoren und ich frage immer dasselbe. Gibt es einen Moment, in dem sie beim Schreiben dieses Meisterwerks etwas Besonderes fühlen? Wie ein Geist? Angenommen, ich hätte ihn in meiner Show. Als sie Geister geschrieben haben, könnten sie möglicherweise das Gefühl gehabt haben, dass es nicht mehr sie waren, die es geschrieben haben. Dass etwas durch sie hindurch kam oder sie in eine Art Quelle eingetaucht sind, zu der sonst niemand Zugang hat. Es ist ihre Quelle, die durch sie hindurchkommt. Und wenn sie schreiben, hören sie auf zu schreiben, schauen zurück, lesen und denken, das ist fantastisch. Wer hat das geschrieben? Das ist nicht schlecht. Es trifft meinen Geschmack. Es kommt definitiv durch mich als Filter. Es besteht kein Zweifel, dass ich es bin. Aber es bin nicht ich. Fühlst du das auch bei deiner Arbeit? Fast wie Channeling? Das ist es. Es fühlt sich wirklich so an. Ja, das fühle ich. Und ich werde einfach so davon absorbiert, dass egal, wo ich bin, egal, was ich tue, es kann im Supermarkt sein, im Waschsalon oder überall, manche Sachen, die herauskommen, es ist, als würde ich sie zum ersten Mal hören. Die gleiche Art von Reaktion wie Wow, großartig. Sachen, das ist wirklich großartiges Zeug. Und dann denke ich, oh mein Gott. Ich sage, es passiert so oft, dass man sich wirklich demütig fühlt, in dem Sinne, dass man sieht, dass es sozusagen in guten Händen ist. Es ist, als ob du und Matt über den Plan gesprochen habt, den Plan des großen Erwachens und allem. Es ist wirklich gut für uns entworfen und wir entdecken es Moment für Moment. Und es ist. Wir leben in beispiellosen Zeiten. Das steht außer Frage. In meinem und deinem Leben sind wir mehr. Wissen wir, dass wir in beispiellosen Zeiten leben? Daran besteht kein Zweifel. In meinem Leben und in deinem sind wir mehr. Wissen als je zuvor. Nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch weltweit. Es gibt so viel Trennung und jeder zieht sich in seine eigenen Ecken zurück, gesellschaftlich nach Ländern, nach verschiedenen Stämmen innerhalb des Landes, wenn man so will, sei es religiös, sei es national, sei es politisch. Es gibt so viel Trennung. Ich finde es faszinierend, dass der einzige Grund, warum wir als Spezies so weit gekommen sind, die Zusammenarbeit ist. Menschen können ohne Zusammenarbeit nicht überleben. Ohne einander zu helfen, einander zu dienen. Deshalb haben wir Endorphine, die freigesetzt werden, wenn wir geben. Es fühlt sich so viel besser an zu geben, als zu empfangen. Und das ist nicht nur ein Spruch, es ist buchstäblich Wissenschaft. Es passiert etwas, wenn man das tut. Deine Meinung? Wir. Aber gleichzeitig gibt es meiner Meinung nach auch nie mehr Menschen, die nach etwas mehr suchen. Menschen, die fragen, ist das alles? Was mache ich mit meinem Leben? Und ich denke, die Pandemie hat wirklich die, sie hat buchstäblich die Welt genommen und wie ein Etch-A-Sketch ein wenig geschüttelt. Und die Menschen, deshalb gibt es massenhafte Kündigungen und Berufswechsel, weil es einen Moment der Reflexion gab, den die ganze Welt zur gleichen Zeit erleben konnte. In der Menschheitsgeschichte ist das noch nie passiert. Also wohin denkst du, können wir gehen, um die Trennung zu stoppen und zusammenzukommen, einander zu geben, einfühlsam miteinander zu sein, anstatt Ego, Ego, Ego? Ja. Ich denke, dein Podcast erforscht die tieferen Fragen. Wer bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Was ist mein Zweck? Wozu bin ich berufen? Und ich denke, jeder hat diese Fragen von Zeit zu Zeit. Ich denke, vielleicht bei uns beiden kreisen sie ziemlich schnell herum und vielleicht lag es daran, dass wir bereit waren, sie mehr ins Bewusstsein zu lassen, während viele Menschen sich sehr von der Welt und ihrem Leben belastet fühlen, dass sie diese nicht wirklich oft ins Bewusstsein lassen können. Also würde ich sagen, dass die Pandemie und das, was mit der großen Kündigungswelle in der Wirtschaft zu geschehen scheint, alles irgendwie funktioniert. Teil eines größeren Plans, um zu beginnen, zu gehen, viel Wissen, dass das ungeprüfte Leben nicht lebenswert ist. Menschen wie Henry David Thoreau und all die Mystiker, Dichter und Heiligen, die diese tieferen Fragen seit Jahrhunderten erforschen. Ich denke, jetzt kommt die Bereitschaft wegen der Umstände. Es ist, als ob sich alles verschwört, um uns dazu zu bringen, tiefer in unsere Lebensaufgabe einzutauchen. Und es ist wie eine Beschleunigung. Tatsächlich hörte die Schreiberin von Ein Kurs in Wundern das, bevor es begann. Sie hörte, Du bist Teil einer himmlischen Beschleunigung, bei der Menschen von überall her gerufen werden, um ihren Teil in einem größeren Plan zu übernehmen, weil die Welt sich verschlechtert. Das war 1965. Die Welt verschlechtert sich alarmierend. Ich war in einer Gruppe. Wenn es 1965 so war, wie ist es dann 2022? Okay, wir sind bereit für diese himmlische Beschleunigung. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass selbst Menschen die Lockdowns ertragen mussten und deren gesamtes, tägliches Leben dadurch verändert wurde. Ich denke, das gibt. Yoda ist da drüben. Ich hatte einen kleinen Yoda. Ja, ein wenig Wissen. Die Weisheit wartet darauf, dass wir sie anrufen, um sie zu bitten, zu uns zu kommen, als Antwort auf unser psychologisches Leid und unsere Leiden. In gewisser Weise denke ich also, auch wenn die Dinge viel schlimmer zu werden scheinen, denke ich, dass es mehr darum geht, dass wir bereit sind, es aufzunehmen und anzuwenden. Nicht nur als einige Theologien, die wir in einem Buch gelesen haben, sondern ich meine im täglichen Leben auf eine wirklich praktische Weise. Also habe ich das Gefühl, dass es irgendwie gut zusammenarbeitet. Und ich finde, wie du, dass mehr Menschen offener sind als je zuvor. für einige dieser Ideen. Ich finde viel Aufgeschlossenheit gegenüber den Dingen, die ich jetzt teile. Die Leute sind sehr neugierig und interessiert. Ja, du machst das schon so lange. Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang, als du begonnen hast, nicht annähernd so offen war. Die Leute waren nicht annähernd so gebildet oder bereit, diese Art von Lehren oder dieses Wissen zu akzeptieren. und jetzt, ich habe es sogar in meinem Leben gesehen. Als ich in den 70ern geboren wurde, meditierte meine Mutter zu der Zeit. Und meine kubanische Familie dachte, sie ist verrückt. Was macht sie da? Es war so weit darüber hinaus. Es ist, als würden wir ins Jahr 1850 zurückreisen und sagen, es wird ein Flugzeug geben. Es wird ein Auto geben. Es war so weit außerhalb ihres Verständnisses, dass es nicht passieren konnte. Aber jetzt etwas wie Meditation, das, soweit ich weiß, von Yogananda in den Westen gebracht wurde. Er führte Meditation ein, führte Yoga ein, er führte Kriya-Yoga in den Westen ein und vor ihm gab es keine Meditation. Keine Meditation. Es gab definitiv kein Yoga, wo jetzt Yoga alles ist. Ich denke, Yoga ist jetzt mehr auf das Körperliche als auf das Innere ausgerichtet, aber es ist immer noch verfügbar. Und Meditation ist jetzt, mein Gott, selbst in den letzten zehn Jahren, wie sehr haben wir uns für Meditation geöffnet? Können Sie ein wenig über Meditation sprechen? In Ihrer Praxis, was Sie täglich tun und wie hat es Ihr Leben verändert? Und wann haben Sie damit angefangen und all das? Denn ich meditiere jetzt wahrscheinlich seit mindestens sechs, sieben Jahren intensiv und es hat mein Leben stark verändert. Ja, ich denke, das ist eine dieser immerwährenden Techniken und Mittel, mit denen der Geist uns nach Hause ruft, weil es darum geht, den Geist zu beruhigen und es geht sehr direkt darum, den Geist zu beruhigen, in der Lage zu sein, von den Zügen abzuspringen, während die Gedankenzüge vorbeiziehen. Ich finde, dass alle möglichen verschiedenen Spiritualitäten das in irgendeiner Weise einbeziehen. Selbst wenn man über so etwas wie eine Zen-Meditation mit offenen Augen spricht, bei der man die Welt auf meditative Weise mit offenen Augen beobachtet, das liegt ein wenig außerhalb der traditionellen Grenzen der Meditation, wie sie von Yogananda vermittelt wird. Aber ich habe das Gefühl, dass der ganze Punkt darin besteht, dass wir in diesen echten, verbundenen, ehrfürchtigen, ausgerichteten Geisteszustand gehen, ob unsere Augen offen oder geschlossen sind und zu einem sehr stillen Punkt kommen, wie dieser stille Punkt, in dem Führung durchkommen kann, in dem wir von der höheren Macht belebt werden können, wie du gesagt hast, sogar beim Schreiben oder Sprechen. Ich sehe es im Sport, wenn Leute darüber sprechen, wenn sie in die Zone kommen und darüber mit solcher Freude sprechen. Oh mein Gott, alles verlangsamte sich. Es war wie in Zeitlupe und ich liebe es, das zu hören, so wie Abraham Maslow über Selbstverwirklichung sprach und wie sie passiert und welche Merkmale sie hat. Ich höre gerne in vielerlei Hinsicht darüber. Meditation war ein großer Teil meines Lebens und es hat sich irgendwie mehr zu einem Geisteszustand entwickelt und weniger zu einer körperlichen Praxis, weil, wie du gesagt hast, selbst beim Yoga kann es mehr zu den Dehnungen und Haltungen übergehen und es kann immer noch viel Körperliches beinhalten. Aber Yoga Nana war ein großartiges Beispiel dafür, dass es dich in einen herrlichen Geisteszustand versetzt und das ist der ganze Sinn davon. Es ist ein Mittel, um etwas zu erreichen. Im Kurs in Wunder nennt Jesus es ein Wunder und er hat viele Worte, um uns vom Wunder zu erzählen uns dazu zu bringen, uns damit zu verschmelzen, davon gebraucht zu werden und es durch uns hindurch wirken zu lassen. Für mich ist Meditation jetzt mehr ein Geisteszustand. Und ich habe das Gefühl, dass meine Tage sehr meditativ sind, aber auch ich bin wie der Beobachter, ein bisschen mehr wie der ultimative Beobachter, als dass ich das Gefühl habe, noch ein Mensch zu sein. Meine Gelüste sind verschwunden. Du bewegst dich mehr wie Yogananda am Ende seines Lebens in Kalifornien, als er begann in Samadhi zu gehen und alle Mönche um ihn herum wussten, er würde sagen, flüstere einfach in mein Ohr. Wenn ich lange weg bin, mach es richtig und sag einfach Om in mein Ohr oder so und ich komme zurück. Aber für mich, ich bin im Traktorstrahl von etwas sehr hohem gefangen und es wird täglich surrealer. Es ist weniger irdisch, weniger horizontal, es fühlt sich vertikaler an, sehr kraftvoll. Meditation ist ein Teil davon. Es ist wie, oh ja, ich erkenne dich, mein Freund. Ja, es ist lustig, weil je mehr ich meditiere, desto unwichtiger werden Dinge, die mir früher wichtig waren, besonders in der physischen Welt. Und ich habe angefangen, nicht zu sagen, dass ich mich von der physischen Welt zurückziehe, weil ich natürlich immer noch eine Familie und Kinder habe und all das, aber es ist anders. Ich denke, ich mag die Art, wie du den Beobachter magst. Ich werde mehr zu dem als zum Teilnehmer, wenn das überhaupt einen Sinn ergibt. Ich sage nicht, dass ich da sitze und nicht am Leben teilnehme, aber ich sehe die Dinge einfach so anders. Es ist fast so, als hätte ich neulich mit jemandem gesprochen und gesagt, der ist aus meiner Wahrnehmung. Dinge beginnen für mich mehr Sinn zu ergeben, wenn Menschen sich auf bestimmte Weise verhalten. Du denkst, okay, diese Person hat Schmerzen, diese Person geht mit einem Trauma um. Warum würden sie online gehen und einen langen negativen Kommentar schreiben? Ich denke, wow, du hast viel zu verarbeiten, denn wir kennen uns nicht. Das hat offensichtlich nichts mit mir zu tun. Sicher hast du das auch erlebt, Leute, die trollen. Das Internet hat es ihnen leicht gemacht, was vorher nicht möglich war. Es ist faszinierend. Es ist wirklich faszinierend. Findest du das auch? Findest du, dass man irgendwie fast eine Bindung hat, aber trotzdem involviert ist? Ja, genau. Ich fühle mich, als wäre ich mittendrin und doch irgendwie seltsam dabei, es gleichzeitig zu beobachten. Es ist mehr ein Gefühl der gleichzeitigen Natur davon. Es ist die Freude des Augenblicks, von der alle Mystiker und Heiligen gesprochen haben. Sei präsent, bleib präsent. Für mich ist es wie eine Erfahrung, wie wow, das ist eine Entdeckung. Ich bin täglich aufgeregt, diesen gegenwärtigen Moment zu entdecken und alles, was er mit sich bringt, fast wie das Auspacken eines Diamanten und das Betrachten aller Facetten der glitzernden, glänzenden Dinge des Diamanten, als ob ich es nie gewusst hätte. Ich wusste nie, dass es genau hier für mich war. Also ich mag auch diese Synchronicitäten, wo alles zu passen scheint. Ich habe so viele Synchronicitäten in meinem Leben erlebt. Es ist, als würde ich zuschauen und alles fühlt sich perfekt an, wie in einer Art göttlicher Ordnung. Und das ist ein erstaunliches Gefühl, wenn man bedenkt, dass unsere menschliche Erfahrung nichts damit zu tun hatte. Wir dachten nicht an göttliche Ordnung. Wir dachten an Überleben. Emotionales und körperliches Überleben war unser Antrieb. Also für mich, wenn es viele Synchronicitäten gibt und ich wirklich sehe, dass es nicht durch irgendeine Anstrengung von David der Person kommt, sondern ich es mehr betrachte und darüber staune wie oh mein Gott, das ist so erstaunlich. Und doch gibt es kein Gefühl, dass ich irgendetwas bewusst getan habe, um es zeigt sich einfach immer mehr. Faszinierend. Ich begann die Show vor einiger Zeit, die zu Ostern letztes Jahr startete und viel schneller wuchs als meine anderen Shows. Ich habe zwei sehr beliebte Shows in der Filmindustrie, aber war unschlüssig, mit einem Fuß drinnen und einem draußen. Ich möchte nicht von Spiritualität sprechen, aber war noch zögerlich, obwohl ich will noch nicht und ich konnte einige sehr nette Gäste gewinnen und hatte angenehme Gespräche, aber wenn ich bestimmte Leute ansprach oder einfach Leute kontaktierte, bekam ich keine Antworten. Letzte Woche und ich übertreibe nicht. Letzte Woche sagte ich, okay, ich bin voll dabei, ich werde ein Set bauen, ich werde es richtig machen, wir werden nicht mehr herumalbern, lass uns das machen. Dann habe ich viele Leute angeschrieben, mit denen ich sprechen wollte, wie mit dir. 80% bis 90% haben zugestimmt und ich bin jetzt für die nächsten zwei, drei Monate ausgebucht. Wirklich, jetzt kommen sie tatsächlich. Und ich dachte, was passiert hier? Was ist das? Ich konnte es nicht glauben. Es ist wie, oh ja, diese Person, diese Person, diese Person. Heute erhielt ich eine E-Mail und dachte, ich vertrete diese drei Personen. Möchten sie sie in ihrer Show haben? Ich schaue sie an und denke, natürlich würde ich mit ihnen sprechen. Es ist faszinierend, dass sobald ich nachgegeben habe, dem Fluss des Flusses angenommen, die Türen öffneten sich neuen Firma. Ich fand es faszinierend, als du mir eine E-Mail geschickt hast und sagtest, dass du gerne in meiner Show sein möchtest, dachte ich, ich habe morgen Zeit. Super, dann sprechen wir morgen. Ich dachte, was passiert hier? Es ist eine Lektion für die Menschen, wenn eine innere Stimme sie in eine bestimmte Richtung drängt oder es Zeichen in der Welt gibt, die kämpft. Ja, ich denke, dass wir alle irgendwie werden. Wir probieren Spiritualität aus, dann wird sie uns immer wichtiger und wichtiger, aber es gibt immer noch ein bisschen wie, okay, ich habe mein weltliches Leben hier drüben mit den praktischen Dingen, die ich erledigen muss und all den Logistik und Spezifikationssachen und dann dieses spirituelle Reich, das sich gerade öffnet und da zögern wir ich weiß nicht, dann sagst du das Ja und siehe da, die Dinge beginnen einfach zu fallen wie Regentropfen, so einfach, so mühelos und ich denke, wenn wir genau dieses kleine Ding nehmen und erkennen, dass es sich auf alles in unserer Wahrnehmung übertragen lässt, bedeutet das, dass unser Leben herrlicher sein kann und ich sage mal einfacher und fließender im Fluss, als wir es uns je vorstellen könnten. Der Geist ruft uns einfach dazu auf zu sagen, ja, ich habe nur auf dein Ja gewartet, deine Zustimmung ist erforderlich, das ist alles, was ich brauche, deine Zustimmung, dein Ja, und dann schau, ich werde es dir zeigen, ich zeige dir die Welt, ein neuer fantastischer Blickwinkel, der Geist wartet darauf, dass wir zustimmen, dann passiert es, es Ein perfektes Beispiel, wie es funktioniert. Ja, es ist aufregend und irgendwie seltsam und ich bin verwirrt, aber nicht überrascht, aber es ist bemerkenswert, wenn man sich darauf einlässt und es fließen lässt. Das gilt nicht nur für Spiritualität, sondern auch für deinen Lebenszweck, sei es Drehbücher schreiben, wie dein Freund, der Ghostwriter ist, oder ein Geschäft eröffnen oder was auch verärgert sind, weil sie etwas anderes tun möchten. Zum Beispiel, wenn ich alles tun könnte, würde ich gerne schreiben, Musik machen oder ein Keksunternehmen gründen, aber ich bin Anwalt, weil meine Eltern mich zur Juristenschule geschickt haben. Ich möchte jedoch wirklich nur ein Keksunternehmen eröffnen, weil ich Kekse liebe und der Welt Freude bringen möchte. Dad Ich glaube, wenn sie sich einfach erlauben würden und sich nicht so sehr um die Praktikabilität sorgen würden und vertraue mir, ich war einmal fast bankrott. Ich war an einem sehr dunklen Ort. Ich war zwei oder drei Jahre lang in einer Depression nach einer bestimmten Erfahrung, die mir in meinem Leben passiert ist, über die ich ein ganzes Buch geschrieben habe. Aber dann, als du endlich nachgegeben hast und gesagt hast, hey, es ist okay, alles wird sich fügen, weil ich an einem Punkt war, an dem ich keine andere Wahl hatte. Siehst du, so weit wird dich das Universum bringen. So nach dem Motto okay, wenn du nicht gehst, bringen wir dich ganz nach unten. Entweder lebst du hier unten in diesem Elend oder du öffnest die Türen. Bitte sag einfach Ja. Und in dem Moment, unterschreiben, verlor ich meine Freundin und mein Hund starb. Es fühlte sich an, als wäre alles verloren. Die größte Chance meiner Karriere war dahin. Also schrie ich zum Universum Gott, ich will meine Schulden begleichen, aber ohne deine Hilfe werde ich diese Papiere unterzeichnen. Am nächsten Tag rief mich mein erster Chef im Geschäft an und sagte, dass sie in West Palm Beach einen Redakteur suchen. Warum fährst du nicht hin? Ich bekam den Job und wurde einer der bestbezahlten Redakteure im Bundesstaat. Und dann ging es los, aber ich musste erst dorthin, bis ich schließlich nachgab. Und ich denke, wenn wir ein bisschen mehr nachgeben, wird das Leben ein bisschen einfacher. Findest du das auch? Ja. Ich denke, das ist das ganze Ding an dieser Welt. Wir haben alles auf den Kopf gestellt und verdreht und im Kurs in Wundern wird uns gesagt, dass es nicht darum geht, zu viel zu verlangen, sondern dass wir viel zu wenig verlangen. Oh mein Gott. Dreht das alles um? Denn es ist so, als ob meine eigenen Begrenzungen, die ich meinem Geist, meiner Seele auferlegt habe, mir alle wieder gespiegelt werden. und sobald ich sage, ich will alles erleben, ich will die Ganzheit meines wahren Selbst erkennen, dann wird sich alles orchestrieren, wenden und verschwören, um das zu ermöglichen. Und es ist einfach so anders als das, womit wir aufgewachsen sind. Wir kamen im Überlebensmodus und versuchten einfach nur durchzukommen und es zu schaffen. Wir haben nicht viel verlangt. Wir wollten nur Tag für Tag überleben. Das Universum sagt quasi, vielleicht solltest du einige Einschränkungen loslassen und groß denken. Geh aufs Ganze. Weißt du was? Ich sage dir, was das ist. Die Sache, die ich in meinem Leben festgestellt habe, ist, dass ich immer zu klein gedacht habe. Ich dachte, oh, ich wünschte wirklich, ich könnte diese Person in meine Show bekommen. Und ich dachte, es würde wirklich anfangen. Ich sprach mit einer Mentorin von mir und sie sagte, das ist fast irrelevant für das, wohin du gehst. Es ist fast so. Ja, wenn Steven Spielberg in deiner Show auftaucht, spielt das im großen Ganzen keine Rolle. Im Hinblick auf das, was du tust. Ich dachte, wow. Denn auf einer kleinen Ebene denkst du, oh mein Gott, ihn als Beispiel nehmt und dann sagen sie, nein, keine Sorge, einfach loslassen. Loslassen und ich lerne jetzt immer mehr, wie man das macht. Du hast auch darüber gesprochen. Im Hier und Jetzt zu sein, im Moment zu leben und dieses Konzept zu verstehen. Die meisten von uns als Menschen leben in der Vergangenheit oder sorgen sich um die Zukunft, über die wir keine Kontrolle haben. Das Einzige, was zählt, ist der Moment, in dem wir gerade sprechen. Warum leben wir als Spezies auf diesem Planeten in der Vergangenheit, wo uns vergangene Traumata oder Probleme zum Weinen bringen können? Warum ist das so? Das sind also zwei Dinge, über die wir wirklich keine Kontrolle haben. Nun, ich denke aus tieferer Perspektive. Wenn wir ins Kino gehen, weil wir das lieben, sind wir im Theater mit Popcorn voll dabei. Wir sehen etwas, das bereits aufgenommen wurde, die Vergangenheit. Es wird projiziert und wir reagieren emotional, als ob es gerade passiert. Das spiegelt, denke ich, die tiefere Perspektive wieder, wie der Kurs in Wundern lehrt, dass die Welt vorbei und vergangen ist. Es wurde korrigiert, als es gleichzeitig zu entstehen schien, doch du versuchst weiterhin, die Vergangenheit in die Gegenwart zu ziehen. Im Kurs wird betont, dass Geschichte nicht existieren würde, wenn du nicht denselben Fehler in der Gegenwart wiederholen würdest. Beim Lesen dachte ich, was hast du gesagt? Es gibt eine weitere Lektion im Kurs, vielleicht in Lektion 148, wo er sagt, wir unternehmen nur eine Reise, die bereits abgeschlossen ist. Du überprüfst mental, was bereits vergangen ist. Es ist, als ob unser höheres Selbst Selbst da ist und weiß, dass es ein Film ist. Unser Ego Selbst sagt, nein, es passiert mir gerade jetzt. Ich bin im mittleren Fortschritt zwischen Vergangenheit und Zukunft. Unser höheres Selbst weiß, dass alles bereits korrigiert wurde und wir die Korrektur einfach in unserem Geist akzeptieren müssen. Also haben wir die Avatare und Heiligen, die es geschafft haben und wir wissen es wegen der Essenz und der Präsenz, die durch sie strahlte. Bevor Abraham war, sagte Jesus, er enthüllte, wer ich bin, die Christuspräsenz, die Ich-Bin-Präsenz ist vor der Zeit. Doch wenn wir denken, dass wir darin sind, erleben wir Schuld. Ich rede viel über Quantenphysik und lehre auf diese Weise. Auch Hypothesen interessieren mich. Die Zukunft ist definitiv hypothetisch. Wir können vermuten, was im nächsten Moment oder im nächsten Jahr passieren wird, aber es ist hypothetisch. Es ist, als ob es eine Zukunft gibt, die wir nicht kennen. Deshalb betrachten wir alle Möglichkeiten und akzeptieren, dass es nur Potenzial ist. Also gibt es einen Teil im Kurs, in dem Jesus darüber spricht, wie du lebst, als ob die Vergangenheit real ist und die Zukunft real ist. Und er sagt uns, dass es möglich ist, das zu überwinden, sich tatsächlich darüber hinausheben zu lassen. Wie mein Großvater, er wurde 1898 geboren und er hatte dieses Funkeln in den Augen und er war leicht und glücklich und alles und er schaute mir zu, wie ich Fußballspiele und Baseballspiele ansah und ich schwitze, ich schwitze die Sessel voll, der Schiedsrichter verpasste den Anruf, mein Team hätte gepunktet, wenn er nicht vermasselt hätte und so weiter. Er saß da mit einem breiten Lächeln, hob einen Finger und sagte wenn, das längste Wort in der englischen Sprache und ich schaute ihn an wie was und jetzt 35 Jahre später mein Großvater brachte mir bei präsent zu sein. Er lehrte mich über Hypothetisches, dass ich ganz emotional und aufgeregt war über das, was anders hätte sein können. Ich akzeptierte nicht, was ist. Ich feuerte mein Team an und war gegen den Schiedsrichter wegen dies und das und dies hätte passieren können. Und er lachte und lachte mich aus und hob diesen einen Finger und sagte immer wieder zu mir wenn. Das lehrte mich viel über das, was ich jetzt erlebe, dass wenn wir wirklich präsent sind, haben wir nicht diesen Stress von was hätte sein können oder die Wenns und Möglichkeiten der Zukunft. Wir sind sehr zufrieden, wir sind sehr freudig und fröhlich, aber es ist ein tiefes Problem an diesen hypothetischen festzuhalten. Am Ende denke ich, dass dies die Falle der linearen Zeit ist. Es ist, als ob wir aus der Gnade gefallen wären, als ob wir uns von Gott getrennt hätten. Dieses Universum ist ein als ob, wie im Multiversum, wo die Trennung stattgefunden hat, Pandemien, Tsunamis, Erdbeben, Brände, Morde, Vergewaltigungen. Es ist ein extremes Was-wäre-wenn-Szenario. Ich war fasziniert, als ich vor ein oder zwei Monaten etwas las und sie sagten, die meisten Wissenschaftler glauben jetzt, dass diese Welt eine Art Simulation ist. Richtig? Ich dachte mir wirklich, Wissenschaftler, und es sind 95%, die dieses Gefühl im Herzen haben, dass es eine Simulation ist, aber sie wissen nicht, wie es funktioniert. Viele sagen, es ist wie eine fortgeschrittene Rasse, die mit der Menschheit spielt, ähnlich wie in der Matrix. Wie in der Matrix? Wie in der Matrix. Eine fortgeschrittene Rasse benutzt uns zur Unterhaltung. Das ist die Grenze der Wissenschaftler. Es gibt vermutlich eine fortgeschrittene Rasse, die sich auf unsere Kosten amüsiert, aber mit einem Kurs in Wundern. Man könnte sagen, es ist nicht wirklich eine fortgeschrittene Rasse in der Zukunft. Es ist das Ego. Es ist dieser Glaube an die Trennung. Du kannst es Satan, Dunkelheit oder Ego nennen. Es ist nur ein Glaube, keine Realität. Es ist nur ein Glaube an die Trennung. Und dann sagt Jesus, es ist unbewusst. Deshalb ist es so Wissen. Du das ist bizarr. Selbst wir schauen auf unser Leben und sagen, das ist ein bizarres Leben. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich in so viel Ärger und Dunkelheit verwickeln würde. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas bewusst wählen würde. Aber die Dinge, der Schatten, von dem Karl Jung sprach, sind so gefährlich, weil sie außerhalb des Bewusstseins liegen und wir müssen sie haben jetzt gute Werkzeuge. Wir haben Meditation, großartige Lehren, großartige Metaphysik, inspirierende Lehrer und großartige Filme wie die Truman Show. Alles in einer Schleife und täglich grüßt das Murmeltier. Es gibt viele solcher Schleifen Filme. Ich besitze den Movie Watchers Guide to Enlightenment, der vielleicht 15 solcher Filme enthält, weil Wiederholungen oft Klarheit bringen. Kennst du Every Day? Eine weibliche Hauptfigur erlebt dort täglich dasselbe, was uns ermöglicht, es klarer zu sehen. Richtig, aber ohne die Loop-Filme. Oh, sind wir verloren? Es ist fast so, als würden wir in einem Meer von Potenzialen und Möglichkeiten schwimmen und versuchen, den Kopf über Wasser zu halten. Mir gefällt, dass wir jetzt die tieferen Grundlagen davon verstehen, dass wir dieses Ego loslassen müssen. Wenn wir wirklich liebevoll sein wollen, beständig liebevoll, müssen wir es wirklich loslassen. Du hast auf der ganzen Welt gesprochen und wahrscheinlich vor Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden von Menschen gesprochen, wenn nicht Millionen in deiner Karriere und und Menschen triffst, selbst in deinem alltäglichen Leben, finde ich das. Je wütender oder traumatischer jemand zu kämpfen hat, desto weiter sind sie von sich selbst entfernt. Sie sind weiter von der Quelle entfernt. Man kann bis hin zu Mord und Gewalt und solchen Dingen gehen. Und dann ganz allgemein, was können wir tun? Diese innere Stimme zu finden, tief in sich selbst nach den Fragen zu suchen, anstatt draußen nach Antworten zu suchen. Und wenn man so viel Trauma hat, kommen Drogen und Alkohol und Laster und Arbeitssucht und all diese anderen Dinge ins Spiel, weil man nach etwas sucht, das einen aus dem Schmerz herausholt, weil man nicht im Glück ist, mit dem verbunden zu sein, der man wirklich ist. Welchen Rat haben Sie für Menschen, die danach suchen? Ja, also ich habe darüber gesprochen, dass es ein Wahrnehmungsproblem ist. Was ich entdeckt habe, ist, dass ich in jedem Moment Optionen in meinem Kopf habe, welchem Filter oder Berater ich folgen werde. Es gibt drei Möglichkeiten, es zu betrachten, zu erleben und zu interpretieren. Die ersten beiden zwei von drei kommen vom Geist, die dritte nicht. Also dachte ich, erzähle mir mehr. Ich muss wissen, was diese drei Dinge sind. Grundsätzlich ist alles entweder Liebe oder ein Ruf nach Liebe oder Nummer drei ein Angriff. Und wenn du auf den Köder von Nummer drei hereinfällst und dich als Angreifer oder Angegriffener siehst, aktivieren sich furchterregende Abwehrmechanismen. Die Psychologie inspiriert von Freud zeigt uns, dass es viele solcher Mechanismen gibt, besonders im Verteidigungsmodus. Wir haben die Wahrnehmung eines Angriffs komplett geschluckt. Das ist nicht schön. Wir fühlen uns nicht gut, wenn wir den Angriff wahrnehmen. Aber schau dir die ersten beiden an. Alles ist Liebe oder ein Ruf nach Liebe. Wenn ich meinen Geist mit meiner Intuition trainieren kann, auf diese beiden zu vertrauen. Denn seien wir ehrlich, wenn das erste Liebe ist, wissen wir, wie sich das anfühlt. Wir können es fühlen. Wenn wir mit Menschen zusammen sind, ist es sehr offensichtlich, ob es unsere Haustiere, unsere Freunde oder unsere Familie sind oder einfach jemand, den wir auf der Straße treffen und wir fühlen wusch, als wären wir von Liebe umgeben. Das ist das Offensichtlichste. Doch der Ruf nach Liebe ist wie zu sagen, kaufe nicht, was die Oberfläche vorgibt. Denn unter dieser Wut, dem wütenden Gesicht, dem zeigenden Finger, ist eine Seele, die um Hilfe ruft, nach Liebe. Es ist, als würde sie hinter der Maske sagen, lehre mich, lehre mich, bitte erinnere dich daran, wie unschuldig ich bin, bitte erinnere dich, wie liebevoll ich bin, lass dich nicht ködern, schau nicht nur auf die Oberfläche, wie im Zauberer von Oz, kennst du den Film der Zauberer von Oz, achte nicht nur auf den Mann, auf dem Bildschirm, Toto geht hin, zieht den Vorhang zurück und zeigt ihn, verängstigten Zauberer, der im Grunde diese große Projektion nutzt, um zu induzieren, Angst, das ist offensichtlich das Ego, das Ego, ja, so ist mein Leben gewesen, während ich durch das Land gereist bin, mal spreche, oft weiß ich nichts über die Kultur, ich werde einfach sozusagen abgesetzt mit einem einzigen Grund, zu sehen, dass alles Liebe ist oder ein Ruf nach Liebe, mit jedem Haus, in das ich gehe, mit jeder Person, die ich treffe, mit jedem Ort, den ich besuche, mit jedem Film, den ich sehe, geht es darum, zu sehen, dass alles Liebe ist oder ein Ruf nach Liebe und das zu üben, also musst du wirklich deine Anhänglichkeiten loslassen, um das zu tun, denn in dem Maße, wie du an der Vergangenheit oder an einem Ergebnis oder einer Erwartung hängst, kannst du nicht in der Liebe bleiben oder nach Liebe rufen. Du wirst Dinge persönlich nehmen, wie Miguel Ruiz. Vereinbarungen, nimm nichts persönlich, das ist eine der vier Vereinbarungen und ich denke, das will ich üben. Wenn ich nur diese eine der vier Vereinbarungen konsequent üben könnte, nichts persönlich zu nehmen, dann glaube ich, könnte ich friedlich sein. Und das ist es, wofür ich mein Leben hingeben möchte, um wirklich danach zu streben. Schauen wir wirklich, ob das wahr ist, nicht nur eine Theorie. Lass es uns einfach probieren. Übrigens, ich liebe dieses Buch. Ich liebe die vier Vereinbarungen und die Meisterschaft der Liebe und viele seiner anderen Bücher. Ich glaube wirklich, dass diese Bücher inspiriert sind. Keine Frage, sie sind wunderschöne Bücher. Ich wollte dich nur schnell etwas über Vergebung fragen und die Kraft der Vergebung, weil viele von uns damit kämpfen. Diesen Groll, diese Wut gegenüber unseren Eltern, gegenüber unseren Ehepartnern, gegenüber Menschen, die uns Unrecht getan haben. Und wie sie sagen, ich glaube, es waren die Buddhas. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber wenn du hast oder Groll hegst, schadest du nur dir selbst. Du schadest offensichtlich nicht der anderen Person. Was können wir tun, um das loszulassen, um zu vergeben, selbst wenn es still ist, in uns selbst zu vergeben, der Person zu vergeben, die dir so viel Unrecht getan hat, was können wir tun? Ich denke, das, was mir am meisten geholfen hat, ist wie bei allem. Es ist wie eine Neudefinition von Vergebung, weil wir alle mit einer bestimmten Vorstellung davon aufgewachsen sind, was Vergebung ist. Die allgemeine Vorstellung von Vergebung, die es meiner Meinung nach so schwierig macht, ist Du hast mir wirklich Unrecht getan. Du hast mir wirklich Unrecht getan. Und irgendwie muss ich diesen Groll zu hegen, weil du mich missbraucht und zum Opfer gemacht hast. Ein Kurs in Wundern hat eine andere Sicht auf Vergebung. Es sagt im Grunde, vergib deinem Bruder für das, was er nicht getan hat. Komm nochmal, was, was, sagt er? Nein, es ist eine Wahrnehmung. Du denkst an Opferrolle oder Misshandlung, glaubst an Letzteres und die Welt spiegelt Es ist wie ein Film deiner Bewusstheit. Um zu vergeben, musst du es loslassen. Es ist wie Jesus sagte mir immer, wenn du dich aufregst, David, warum ziehst du nicht in Erwägung, dieses Ärgernis aus deinem Geist zu pflücken? Hol die Pinzette raus und pflücke es tatsächlich heraus und entferne es. Gib es mir. Ich weiß, wie man damit umgeht. Ich kann dir dieses Ärgernis abnehmen, aber solange du daran festhältst und Recht haben willst, sagt er im Grunde, wird dich kein Beweis davon überzeugen, was du nicht willst. Wenn du es nicht loslassen willst, wirst du weiterhin Beweise sammeln. Oh, hast du das gesehen? Ich schrieb ihm einen netten Brief. Siehst du, was ich zurück bekam und diesen Blick? Ich ging, um sie zu umarmen und diesen Blick in ihren Augen. Solange wir tief im Inneren immer noch Recht haben wollen mit dem Groll, ist unser Verstand so mächtig, dass wir Zeugen herbeirufen, um uns zu beweisen, uns Beweise für diesen Glauben zu liefern. Am Ende bedeutet Vergebung für mich wirklich zur Reinheit zu gelangen. Das hat Jesus in der Bergpredigt gesagt. Er sagte, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Diese Reinheit ist so wichtig und das ist für mich das Wesen der Vergebung. Immer wenn ich noch Beweise sammle, wie, was sie gesagt haben, was sie getan haben, ist es wie, er sagt, David, jedes Mal, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, zeigen drei Finger auf dich zurück. Ich sagte, okay, er sagt, einer für den Vater, einer für den Sohn, einer für den Heiligen Geist. Die Dreifaltigkeit erinnert dich jedes Mal, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst. Nein, nein, komm rein, zurück zur Unschuld, kommen wir zurück zur Liebe. Für mich ist es wichtig, das zu üben, auch wenn es theoretisch ist. Ich muss es wirklich praktizieren und verinnerlichen. Um unser Gespräch abzurunden, beim Betrachten von Filmen habe ich immer das Gefühl, dass wir in einem Film sind, wie Shakespeare sagte, Schauspieler in einem Stück auf einer Leinwand. Der Wahnsinn, den wir erleben, ist, dass wir als spirituelle Wesen eine menschliche Erfahrung machen, im Gegensatz zu einem Menschen, der eine spirituelle Erfahrung macht. Es ist faszinierend zu sehen, wie Schauspieler in verschiedene Rollen schlüpfen, den Bösewicht spielen, den guten spielen, Menschen verletzen, Menschen lieben, all das. Wenn Schauspieler wirklich daran glauben würden und es nicht loslassen könnten. Charakter heißt dann, dass Keanu Reeves immer Neo sein wird und er glaubt einfach, dass das die reale Welt ist, wo in Wirklichkeit der Schauspieler einen Mantel anzieht, den Charakter annimmt, den Charakter spielt. Wenn der Film vorbei ist, gehen sie weg und kehren in ihre Realität zurück, wo wir im Inneren der Matrix oder im Inneren des Films feststecken, diese Rollen spielen, die wir uns selbst zugewiesen haben. Und doch können wir nicht verstehen, dass dies ein Film ist, den wir irgendwann verstehen müssen, dass es nicht real ist, das ist nicht das echte Zeug, das ist die Matrix. Das Steak schmeckt gut, aber es ist nicht echt. Findest du das auch so? Ja, ich habe einmal im Wörterbuch nachgeschlagen und der Geist sagte, schau dir das Wort Act an. Also habe ich nachgeschlagen und es bedeutet nachahmen. Und ich denke an den Film Chances Are, wo sie im Schlafzimmer ist, das Kissen hat und auf Robert Downey Junior einschlägt. Sie sagte, du solltest verhaftet werden, weil du eine Person nachahmst, da es ein Reinkarnationsfilm ist. Er ist jetzt zurück und behauptet, er sei Louis, ihr Ehemann. Du solltest verhaftet werden, weil du eine Person nachahmst. Ich dachte, das ist es, denn sie sind großartige Schauspieler, wie, du weißt schon, buddhistisch und sehr tief und nach innen gekehrt. Er sagte, dass er sieht, wie der Geist oder das Leben ihm durch die Schauspielerei gezeigt hat, dass es nur eine Reihe von Rollen ist. Tatsächlich hat er seine Karriere genutzt, um sich von der Identifikation mit den Rollen zu lösen. Für mich ist das wirklich aufschlussreich, wenn wir anfangen können, das anzuwenden. Er ist jemand, der in vielen Rollen gespielt hat und für all die verschiedenen Filme ziemlich bekannt ist. Aber dass er das sagt, ist so schön, weil es wie eine Einsicht für den Rest von uns ist. Wenn Richard Gere das durchmacht, dann können wir vielleicht die gleiche Erfahrung machen und es nicht so ernst nehmen. Wenn Leute etwas sagen oder tun, können wir tatsächlich ganz ruhig bleiben und sagen, okay, aus der Gegenwart heraus, was würde ich hier geben? Was würde ich anbieten? Ja. Jetzt werde ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Ich frage alle meine Gäste, was ist Ihre Mission in diesem Leben? Aber es scheint, als würde ich wirklich versuchen, glücklich zu sein. Und ich bewusstseinserweiternste Weise nicht irgendwie narzisstisch glücklich als Person, sondern eher wirklich glücklich die Seligpreisungen zu leben, zu leben, was der Geist von mir will. Und so finde ich mich sehr verspielt. Ich war heute in einer Onlinesitzung mit Leuten aus Südamerika und ich hatte diesen Baum hier und ich fing an den Baum herüber zu ziehen und sprach in der Sitzung aus dem Inneren des Baumes und ich finde die Verspieltheit und die Leichtigkeit sind das große Geschenk, das wir anbieten, der Humor. Warum können wir nicht lachen? Lerne zu lachen. Warum können wir nicht die göttliche Komödie der Dinge erkennen und einfach grundlos lachen? Warum brauchen wir einen Witz, um zu lachen? Warum sehen wir nicht die Albernheit und den Humor in den Dingen? Für mich ist es Tolle Antwort. Ich stimme zu. Die Absurdität dessen, womit wir täglich umgehen müssen. Du solltest besser lachen. Lache lieber. Unsere Hoffnung. Und warum denkst du, dass wir hier alle als Spezies sind? Nun, ich denke, es geht darum, die wahre Vergebung zu lernen. Ich denke, dass wir uns dem stellen müssen, was vor uns liegt, wie selbst wenn ich sage, es ist ein Film, sind wir verantwortlich für unseren Geisteszustand. Wir sind verantwortlich für unseren Herzenszustand. Wir sind verantwortlich dafür, wie wir uns fühlen, im ultimativen Sinne. Und deshalb denke ich, wir sind hier, um Illusionen loszulassen und die Wahrheit zu akzeptieren. Und ich denke, wir können das täglich tun. Wir müssen nicht nur Worte als Erklärung oder Verkündigung verwenden, sondern eine tatsächliche Erfahrung davon machen. Wir sind hier, um das zu entdecken. David, es war so ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich könnte stundenlang mit dir reden und bin sicher, dass wir dich wieder in die Sendung einladen werden, weil es einfach so ein wunderbares und erhellendes Gespräch war. Danke nicht nur für deine Teilnahme, sondern auch für deine Arbeit und all die Seelen, denen du hilfst. Ich schätze dich wirklich sehr, mein Freund. Danke, Alex. Wenn diese Folge herauskommt, werde ich darauf achten und sie verbreiten, damit die Leute deine Präsenz und dein aktuelles Anliegen spüren können und dein großes Jahr. Jeder kann anfangen, sich über das Jahr zu freuen und all die Gäste, die darauf hinkommen. Ja, das schätze ich sehr, mein Fred. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.